Wir werden auf jeden Fall heute Schlangen begegnen und wir werden einen sehr, sehr netten Menschen treffen, der von sich aus sagt, dass er die längste und größte Python der Welt besitzt. Alter, bei dir hört sich das irgendwie falsch an. Ja, du hast das so betont. Du hättest es einfach nochmal sagen können. Der sagt, der hat die größte Python. Aber ich kann nicht garantieren, dass ich das irgendwie mir anschauen kann. Ich habe echt Angst, das mache ich sowieso nicht.